hallo youtube und herzlich willkommen hier bei mod box ich bin's der gute pamo und heute schauen wir uns wieder einmal eine produktion an diese nennt sich güll und gerest trocknung ja dazu gehen wir jetzt einmal unser kaufmenü rein unter rubrik sonstiges bei bauen und da haben wir bei den produktionen eben halt die güll und gerest trocknung von lizard für 50.000 euro ja was brauchen wir dafür wir brauchen dafür eben halt einmal unsere gereste aus unseren bgas beziehungsweise aus der bga die warme hof haben und eben halt dann die gülle von unseren tierstellen wenn wir die jetzt eben halt dann nicht suchen düngen brauchen raus bekommen wir hierbei einmal mineral dünger das schauen wir uns das einmal hier an ja wie man schon sieht haben wir hier ja so eine art container wo oben drauf eben halt dann drei generatoren oder eben halt die verarbeitungsmechanik verbaut ist durch hier vorne können wir unsere güll und gerest eben halt rein pumpen und hier auf der anderen seite können wir eben halt über eben halt schnecken förderer eben halt unser gut wieder rausholen ist mehr oder weniger eine kleine aber schlicht produktion aber das soll es auch nicht dran weiter sage ich jetzt mal so wie geht es einmal unser escape menü rein bei den produktionen und wie wir sehen wir haben einmal gülle und einmal gereste wir haben hier eine 2 zu 1 verarbeitung sprich wir brauchen 1000 liter gereste für 500 liter mineral dünger aber dazu muss man das aus eins sagen ich habe schon mal ein kleines bisschen was vorbereitet es gehen maximal 21.000 liter nur rein zu verarbeiten und von dem mineral dünger lassen 30.000 liter wiederum rein so wir aktivieren jetzt mal beide ja und wie man schon sieht wird eben halt kräftig produziert und ja dass wir da dann eben halt unser gut rausholen können wie gesagt wir haben hier eine 2 zu 1 verarbeitung und wie man sieht bekommen wir hier alles schön raus beziehungsweise wir können mineral dünger dann eben halt nutzen um unsere felder zu düngen ja diesen mod könnt ihr euch bei mod hub unterladen gibt es aktuell für pc mac und alle gängigen konsolentypen wir schauen uns auch noch mal kurz die lok an und die lok ja scheint fehlerfrei zu sein also ich habe jetzt hier keine lures keine warnings keine errors entdecken können wobei ich aber auch sagen muss ich habe das ganze im single player getestet wie sich das jetzt auf die server ausschaut kann ich zu diesem zeitpunkt gar nicht sagen wenn euch diese kleine mod verstellung gefallen hat lasst gerne daumen da lasst gerne abo da und die glocke nicht zu vergessen um immer auf dem neuesten stand zu sein ich bedanke mich fürs zusehen und sage tschüss und ciao bis zum nächsten mal guck mal